Ja, da sind wir auch wieder. Wir mussten grad den Server wechseln, weil der Server abgekackt ist. Sind wir auf dem neuen hier. Da kommt ein Zombie. Ich nehm die Achse, ich mach den. Der ist down. Lädt mal da stehen. Lädst du grad nach? Nein. Lädt jemand nach. Vielleicht bist du das. Das passiert immer, wenn ich genau auf den Server draufkomme, dann lädt mein Charakter erstmal nach. Komm. Vermutlich warst du das. Man hört, man sieht das nicht, aber der macht das dann immer. Ich geh mal in das Haus hier rein, gegenüber von dem Grund. Ja, also, neue Spieler. Oh, ich hör schon wieder. Neuer Server mit 26 Leuten hier. Jo, da kommt ein Zombie. Ein Clan. Die sind jetzt alle auf einer anderen Position. Zwei Clan-Clane. Ne, drei sogar, glaub ich. Mit jeweils wie vielen? Ein Clan mit drei. Drei, noch ein Clan mit drei und einer mit zwei. Ne, mit einem. Der Kollege Zombie hier ist down. Ich komm jetzt ins Haus. Ah, noch ein vierter Clan sogar. Aber nur mit einem. Ich bin jetzt im Haus auch drin, ne? Auf der anderen Seite. Wow, ja. Hä, du hast noch den Helm, ne? Hm? Du hast einen Helm, ne? Ich hab einen Helm und eine Gas. Alter. Das sah gerade so aus, als ob du keine Gasmaske anhältst. Da hab ich mich voll erschreckt. Ich dachte so, ich bin jetzt mit einem anderen Spieler im... Hier sind noch gebackene Bohnen. Die nehm ich mal mit. Ich renne jetzt wieder auf die Straße. Steh vor der Kirche. Weiß Bescheid, ne? Ja. Äh, noch was. Lass dich nicht töten. Boah, da steht ein Zombie. Alter, ich dachte schon wieder, da wär ein Spieler. Das denkt man immer. Junge, wie viel Fressen ich habe. Junge, der ganze Rucksack... Stirbt doch, Nutte. Übrig. Du weißt es noch, ne? Ich hab noch ein Defi. Naja, den kannst du weglegen, ganz ehrlich. Ein Junge. Ich hungere, wenn du mitten im Gefecht bist und du abkackst, dann bringt dir einen Defi einen Scheißhaufen. Junge, egal, wenn ich mitten im Gefecht bin... Ah, in der Kirche liegt noch eine Notacola. Hammer. Wenn ich mitten im Gefecht bin und das Gefecht überlege, dann kann ich dich mit dem Defi zurückholen, falls sie dich davon nicht wirklich endgültig abgetötet haben, weggefletscht haben, weggefletscht haben. Okay, dass wir jetzt die Straße weiter runterlaufen. Ja, warte, das erst mal finden. Ich bin, ah, ich bin beim Brunnen. Okay, vor der Kirche, komm. Ich komme. Denk mal, guck mal kurz hinten nach, ob da welche sind. Zombie, Alter, ich krieg jedes Mal einen halben Nervenzusammenbruch. Jaja, willst du den? Boah, Junge. Ich dachte gerade oben, das Buschblatt da, weil ich so nach rechts gelaufen bin, hat sich das mitbewegt. Willst du den Zombie töten? Nein, mach du. Ich dachte gerade, das Buschblatt hier von diesem Busch, als ich so nach rechts bewegt habe, hat sich... Nimm die Axt. ...hat sich das mitbewegt und ich dachte, da wäre ein Spieler lang gerannt. So, weg. So, komm. Warte, ich nehme mir wieder die Sniper. Alter, ich hasse das. Immer wenn so ein Zombie auf dich zurennt, wählt er dann genau dann die Axt nicht aus. Aber wenn du irgendwie denkst, dass da ein Zombie ist und das war dieser scheiß Vogel, dann wählt er die Axt natürlich sofort aus. Jaja. Ist immer so. Okay, also es kann sein, dass jetzt hierbei auf diesem Server die ganzen Spieler... So, Straßenschild. Ich muss gucken. Wir müssen links. Als erstes die Straßen decken. Wir müssen nach links. Okay. Du siehst mich? Ich seh dich. Ich bin links von dir. Wir laufen jetzt den Hügel runter. Ich guck mal eben in der Tanke. Boah, Wucherpreise also wirklich. Ja, ja, ich bin unten bei der Ecke der Straße und guck nach, was mit der... Okay. Was mit der Straße, ob da jemand auf der Straße rumgammelt. Okay, ich laufe. Ich komme. Ich seh da aber niemanden. Ich komm jetzt, ne? Jo. Also nicht erschrecken. Boah, ich dachte gerade, es steht einer. Ich auch. Stellungen. Junge, das ist tödelt. Also man kriegt schon voll die Hallos und Paras hier, ey. Ja, Mann. Da unten haben wir schon wieder ein paar Häuser. Da hinten steht ein Zombie, aber es ist kein Spieler. Warte mal, ich kann auf die Straße blicken. Siehst du den ganz hinten durch? Da hinten an der Mauer, da steht ein Zombie. Ja, ja. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Boah, Alter, hier kann man übergeil auf die Straße sniper, so ne Scheiß. Ich guck da hinten nochmal hin, da seh ich aber niemanden. Ja, immer da, wo man mega auf die Straße snipern kann. Da ist übrigens noch ein Brunnen. Falls du nicht mehr hydrated bist. Ne, ich bin tatsächlich nicht mehr hydrated. Ey, wo ist denn der? Hier auf der Straße, neben dem, hinter diesem Haus hier, wo ich gerade bin. Da ist der, steckt nicht so lange. Hydrated, okay, weiter. Jo. Junge, wie der Schatten und so weiter bei mir gerade spinnt. Das flackert gerade. Naja. Boah, lassen wir später dann auch auf einen Nicht-Daylight-Server gehen. Ja, aber ja später. Ja, ja, und außerdem müssen wir davor dann ja auch wieder Taschenlampen finden. Außer man kriegt hier sofort, wenn man auf einen neuen. Da steht der Zombie, ne? Ich guck mal kurz nach, ob wir in der richtigen Stadt sind. Ich schnapp hier schon mal die Aktion. Ja, wir sind in der richtigen Stadt, das sehe ich am Schild. Der Zombie kommt, ich mach den platt. Na komm, mein Großer. Oh, in den Korpus rein. Hammer. Lass mich mal jetzt kurz hier am Schild gucken. Ich muss gucken, in welche Stadt wir müssen von den drei. Ja, ich steck so lange die Straßen. Junge, wie Endgamer. Du guckst auf den Schildern nach, ich steck die Straßen. Ich geh mal kurz in das Haus hier rein, guck nach, ob ich da drin irgendwas finde. Oh, Junge, wie das aussieht. Ist hier so ein Bett daneben, dann so alles voll gespritzt mit Blut. Ich komm jetzt wieder raus. Lass mal da oben in diese Lagerhalle gehen, links. Jetzt weiß ich, ich find das Schild etwas unverständlich. Müssen wir jetzt hier links oder da hinten erst links ab, an der Straße? Zu welcher Stadt müssen wir denn? Komm mal her. Ja, warte, ich komm mal her. Ich geh selber zum Schild. Welches? Ah, nee, wir müssen, glaub ich, geradeaus. Wir müssen in die unten. Ja, Junge, ist doch klar. Fall nach links, nach links. Fall nach rechts, nach rechts. Das andere geradeaus. Ja, wir müssen geradeaus. Ich hab mich irgendwie grad ein bisschen verguckt. Lass mal aber als erstes da oben in diesem Lager nachsehen, ob da was ist. Von mir aus. Warte, ich wollte nicht die Aktion abbrechen, du Hallodri. Was für Aktionen abbrechen? Ja, der hat grad die Knarre weggesteckt. Ja. Das muss man eigentlich drücken, um eine Aktion abzubrechen. Junge, nochmal auf den Quick-Slot. Spiel's jetzt so lange, Daisy, als ob du das nicht weißt. Hier ist ein Zombie. Oh. Ich mach den Platz hier rechts, hier rechts. Ich schnapp mir den. Da liegt eine Schaufel drinnen. Rechts. Guck du mal, schau mal danach. Junge, ich glaub, da liegt was. Nimm doch mal die Sniper. Na scheiß Pipsi, brauch ich nicht. Hier liegt noch ein Motorradhelm. Und eine Säge. Was ist das? Eine Batterie. Okay, ich komm wieder raus. Lass mich wieder auf die Straße. Jo. Komm. Ich komme. Warte erstmal Straße decken. Von hier aus könnten wir uns... ...hierer annehmen. Nein, nicht da lang. Wir müssen ja geradeaus. Ja, aber man kann hier quer drüber rennen. Ja, okay. Ich jump hier über den Zaun. Oh. Leck'n Bord. Kommst du? Ich bin hinter dir. Gut. Warte, deck mich. Äh, viel Hunger. Da ist niemand. Ich muss essen. Ja, okay. Wow. So. Mach hin. Warte und deck mich dann auch mal. Dann muss ich nämlich noch was essen. Pass auf, ich muss jetzt... Hast du noch was zu essen? Ich hab nur noch eine Kante, eine... ...Dose Bohnen. Ja, ja, hab ich. Leg mir was dahin. Ich mach mal eben die Dose Bohnen auf. Alter, nicht so nah an mir ran. Ich hab Angst, dass du schießt. So, ich kann dir auch nur Bohnen anbieten. Ja, egal. Aufsache was zu essen. Wenn du fertig bist, muss ich auch noch was essen. Hast du fertig? Noch nicht, ich ess die Bohnen noch auf. Hast du mir die Bohnen hingeschmissen? Ja. Wie viele? 36 Prozent. Junge, nur. Komm runter. Ich brauch ne ganze Dose. Wow. Machst du das? Nein. Nein, ich muss kurz vor... Ich muss kurz weg, ne? Och, Kind, lass mich doch jetzt nicht alleine. Ja, Junge, ich muss. Hier rechts, hier rechts... ...ge ich in so ein kleines Lager rein, ne? Wow. Nein, ich hör einen Zombie. Ich dis... Ich dis... Disconnecte. Nichts disconnecten. Ich beschütz dich. Junge, okay, dann stell ich mich genau neben dich. Aber ich bin jetzt... Nein, geh ins Lager, Alter. Stell dich schon nicht voll auf die Straße. Okay, dann deck mich. Ich bin jetzt weg. What the fuck? Ja, da redet er. Man hört ihn reden. Ja, da redet er. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war übrigens kein Zombie. Das ist wieder dieser scheiß Piepmatz da oben. Okay. Ich komme. Nach dem Part muss ich mal kurz aufhören. Also ich komme dann direkt nach 5 Minuten wieder nach dem Part. Ja, okay. Warte, ich deck die Straße. Das ist niemand. Ich gehe mal eben hier in die Häuser rein. Vielleicht finde ich kurz noch was zu essen. Ja. Im Übrigen, wie war die Arbeit? Joa. Hier fehlt eine Aufgabe. Aber die ist, die, das war so, man hat 5 Aufgaben nur gehabt. 1, 2, 3. Die 3 war in A, B und C unterteilt. Die 4 in A, B, C, D und E. Und dann war aber nochmal, bei C und D war nochmal unterteilt in 2 Teilaufgaben. Okay, also ging's. Ja, die habe ich alle. Und bei der 5, bei der 5 habe ich nur die A. Von A, B, C und D. Okay. Okay, also im Grunde genommen ging die Arbeit. Ja. Gut. Wo bist du? Ich bin hinter dir. So, übrigens, meine Mutter hat dir die Daumen gedrückt. Jawohl. Danke. Bitte. Alter, ich brauche Action. Ja, ja. Ich will endlich mal so einen unaufmerksamen Spieler sehen und den voll den Scheiß, das Hirn wegblasen. Ja, ja. Hinter uns ist auch niemand. Wie lange eigentlich noch bis zum Airfields? Noch etwas. Nicht mehr, aber nicht mehr allzu lang. Ich glaube, spätestens übernächste Folge müssten wir da sein. Also mach dich bereit. Mach ich. Warte, ich schaue mal eben kurz auf die Karte. Wir rennen jetzt, ja, wenn wir in der nächsten Stadt sind und noch ein kleines Stück, dann sind wir da. Okay. Vielleicht schon nächste Folge. Na, also dann könnt ihr euch auf was freuen, Freunde. Vielleicht. Je nachdem, ob da jemand ist. Aber am Airfield ist es ja immer allgemein spannend. Ja, ja. Vor allem bei der Immersicht. Es kann auch sein, dass wir beim Airfield irgendwelche Leute langlaufen. Ja, und von dort aus gehen wir dann wieder nach rechts ab. Da ist dann wieder eine etwas größere Stadt. Lass uns dann erstmal beim Hügel vorm Airfield hinlegen und gucken, ob da irgendjemand ist. Ja, ich gehe in den Busch. Ich lege mich jetzt hier rein, hinter dir, ne? Die Folge ist zu Ende. Ah, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.